Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr mit dem Vektorgrafikprogramm Inkscape Pixelgrafiken bearbeiten könnt. Das heißt, wir werden eine JPEG-Datei freischneiden und hinterher vektorisieren. Ich habe Inkscape gestartet. Ich habe hier die Version 0.92 und beziehe mich halt da drauf. So, was mich jetzt hier ein bisschen stört, ist dieses A4-Blatt. Das brauche ich nicht unbedingt. Deswegen werde ich das jetzt mal ausblenden. Datei, Dokumenteneinstellungen und hier haben wir so einen kleinen Haken unter Rand, also Rand der Seite anzeigen. Das möchte ich nicht und das schließe ich dann. Jetzt kann ich meine Datei über den Menüpunkt Datei importieren, aber ich mache es lieber so, dass ich mein Inkscape Fenster nehme, schlage das hier meistens rechts dran, dann habe ich den halben Bildschirm damit und auf dem Desktop habe ich dann in der Regel mein JPEG. Da klicke ich drauf und ziehe das einfach hier rein per Drag & Drop. Wähle die Option Einbetten aus und bestätige mit OK. Jetzt schalte ich das wieder auf Vollbild und könnte das Bild noch ein bisschen größer ziehen. Dazu halte ich die Steuerungstaste fest, damit es auch proportional größer geht. Ich werde jetzt einen Ebenendialog einblenden, indem ich auf dieses Symbol hier unten drücke. Ich könnte auch Umschalt, Steuerung und L drücken. Und diese Ebene nenne ich jetzt Auto. So und wir sehen das hier an diesem Auge. Das ist wirklich die Ebene Auto. Und hier werde ich das Schloss jetzt schließen. So kann ich die Ebene nicht mehr bearbeiten, nicht mehr vergrößern, nicht mehr verzerren. Was ich aber machen kann, ich kann die Ansicht ausrichten. Das mache ich, indem ich die mittlere Maustaste drücke und dann kann ich das Ganze ein bisschen bewegen. Und vergrößern kann ich das, wenn ich die Steuerungstaste festhalte und dann einfach mal hier rein scrolle. So und jetzt werde ich mir eine neue Ebene erstellen mit diesem Pluszeichen und die nenne ich Maske. hinzufügen. Ich werde jetzt auf dieser Maske arbeiten und zwar versuche ich hier eine Baiser-Kurve drum zu legen. Dazu nehme ich dieses Werkzeug, das ist das Werkzeug für die Baiser-Kurve. Das könnt ihr auch mit Umschalten plus F6 erzeugen. Ich klicke da jetzt aber einfach drauf, gehe vielleicht noch ein bisschen näher ran und setze hier ein paar Punkte, um dieses Auto auszuwählen. Das heißt zwar Kurve, aber warum das Kurve heißt, das werdet ihr gleich sehen. Ich setze jetzt einfach nur hier gerade Linien. Die werden wir gleich noch nachbearbeiten. Hier eben noch den Auspuff. So und jetzt kommt der Effekt der Kurve und zwar setze ich den Punkt hier unten an dem Reifen an, klicke drauf und ziehe hier solche Händel auf oder solche Tangenten. Das gleiche mache ich an der Stelle nochmal. Und jetzt muss ich hier rüber. Die Ecke kann ich hinterher nachbearbeiten. Das hätte ich mir glaube ich auch sparen können hier. Das ist irgendwie so der Antrieb von diesem Modellauto. Und hier mache ich das gleiche wieder. Ich gehe bis hier unten hin in die Mitte, klicke drauf und ziehe mir hier meine Kurve auf. Hier nochmal. Jetzt habe ich hier einen ziemlich langen Händel und das macht sich auf diesen nächsten Punkt bemerkbar. Den setze ich aber trotzdem da. Unbeirrt gehe ich hier weiter. Jetzt vielleicht noch einen für den Kühlergrill und mit dem ersten Punkt verbinden. Und dann haben wir diese Kurve. Da diese Sache noch etwas eckig ist und unschön, werde ich auf dieses Werkzeug klicken und die einzelnen Punkte nochmal bearbeiten. Dazu kann ich auch einfach hier zwischen reingehen und mir so die Kurve anpassen. Auch hier sieht man wieder, ich kann auch mit einzelnen Händeln arbeiten. Wenn ich hier noch einen weiteren Punkt erzeugen möchte, dann mache ich einfach einen Doppelklick und dann habe ich den da vorne. So. Den Punkt setze ich vielleicht ein bisschen tiefer und hier setze ich wieder eine Wölbung rein. Und da genauso. So, jetzt nimmt das Ganze schon ein bisschen mehr Form an. Okay, ich will euch damit nicht langweilen. Ich glaube, wir können es vielleicht schon so lassen. Vielleicht hier vorne nochmal die Stuhlstange ein bisschen krümmen. Und das hier vielleicht auch nochmal. Die Motorhaube, die sollte auf jeden Fall nochmal glatt gezogen werden. Und hier nochmal einen weiteren Punkt. Gut, das soll mir jetzt reichen. Wenn ich das Auto ausblende, dann seht ihr, das sieht doch schon ganz gut aus. So könnt ihr übrigens auch dann irgendwelche Silhouetten zeichnen. So, die Maske, die werde ich jetzt mal füllen. Einfach in so einen rosa Ton. Dann werde ich die Shift-Taste festhalten. Den Hintergrund, also die JPEG-Datei nochmal aktivieren. Und jetzt gehe ich mit der rechten Maustaste auf den Punkt Ausschneidemaske setzen. Und fertig ist mein ausgeschnittenes oder freigestelltes Auto. So, da ich das jetzt noch nicht so vektorisieren kann ohne weiteres, denn der hat immer noch diese JPEG-Daten im Hintergrund, müsste ich folgenden Trick machen. Ich gehe nochmal auf Datei. Ich sage jetzt PNG-Bild exportieren. Und wähle mir hier die Auswahl, also wirklich nur dieses Bild, nicht die ganze Seite. Jetzt suche ich mir hier einen Ordner mit einem vernünftigen Dateinamen. Jetzt schreibe ich hier rein Auto. Drücke die Tabulator-Taste. Exportieren als. Auto PNG. Das PNG macht er automatisch. Setze es auf den Desktop. Und drücke auf Speichern. Das ist allerdings erstmal nur der Dateiname und der Speicherort. Ich muss jetzt nochmal extra auf Exportieren drücken. Jetzt hat er das gemacht. Jetzt kann ich das Auto hier löschen. Und jetzt ziehen wir es uns einfach mal wieder hinein. Da ist es, mein Auto PNG. Da ist mein JPG-Bild. Und jetzt ziehe ich das wieder auf die weiße Fläche. Und OK. Und größer machen. OK. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch auf Fahrt gehen und das Ganze in ein Bitmap konvertieren, also Bitmap nachzeichnen. Und hier müssen wir mal schauen, dass wir eine Vorschau bekommen und dann die entsprechenden Werte aussuchen. Und zum Beispiel die Farben hier auch nach Farben. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ich kann hier noch verschiedene Schwellwerte einstellen. Aber man möchte das auch nicht übertreiben, denn das wird sonst zu viel an Punkten. OK. Und fertig ist das Ganze. Wir haben hier unser Original, unser JPG oder PNG mit Alpha-Kanal. Und hier haben wir unser Auto als Vektorgrafik. Und das zeige ich euch, indem ich hier mal auf diese Punkte gehe. Und jetzt könnte ich wirklich die einzelnen BSE-Kurven bearbeiten und sehe auch hier die einzelnen Flächen, wie die angeordnet worden sind. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos zu diesem Thema sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann sagt mir wenigstens, was ich besser machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.